Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Samstag geht es weiter mit der zweiten Liga. Wir berichten live ab 12,45 Uhr. Die Fortuna holt drei Punkte in Braunschweig und erobert so fürs Erste die Tabellenspitze zurück. Die Düsseldorfer ließen im zweiten Abschnitt etwas nach und spielten die Konter nicht mehr so gut aus wie in den ersten 45 Minuten. Braunschweig hatte vereinzelt gute Chancen, zeigte aber vor allem spielerisch zu wenig, um sich noch ein Römi zu verdienen. Schluss Düsseldorf siegt in Braunschweig mit 10. Tor 0-1 davor Lovren 9. Kanaihan bekommt nach einer harten Gritsche im Mittelkreis den gelben Karton. Raphael Wolf kann den Distanzschuss von Steve Breitkreuz nicht festhalten, aber Kanaihan passt auf und schlägt die Kugel weg. Dritter Wechsel der Fortuna Havert-Nielsen kommt, Florian Neuhaus geht. Nach Vorlage von Kiesewetter hält Jasmin Feisig gegen Florian Neuhaus. Zugs starkes Solo auf links wird nicht belohnt. Seine Flanke ins Strafraumzentrum findet keinen Abnehmer. Friedhelm Funkel bringt Jerome Kiesewetter für Benito Raman. Wechsel bei den Löwen Patrick Schönfeld kommt für Ahmet Kanbas. Benito Raman fordert Gelb für den Braunschweiger und sieht deshalb selbst eine Verwarnung. Özkan Yildirim mit einem taktischen Foul. Gelb-Braunschweig macht hinten etwas auf und Düsseldorf eröffnen sich viele Räume zum Kontern. Raman prüft Jasmin Feisig im rechten Eck aus 18 Metern. Zudem bringt er Onel Hernandez für Jan Hochscheid. Thorsten Lieberknecht tauscht Hendrik Zuck kommt für Salim Kelifi. Düsseldorf hat etwas den Faden verloren und Glück, dass noch nicht der Ausgleich gefallen ist. Jetzt kann F95 mal wieder einen Konter setzen. Fing schießt aus 18 Metern in zentraler Position, verzieht aber. Große Doppelchance für die Eintracht. Reichels Flachschuss aus 17 Metern setzt zweimal auf und klatscht an den rechten Pfosten. Yildirim macht den Ball wieder heiß und legt erneut für Reichel auf. Der Löwenkapitän muss den Ball aus 6 Metern reinmachen, haut das Leder aber über die Latte. Ken Reichel wird verwarnt, weil mit einem taktischen Foul an Benito Ramann einen Konter stoppt. Suleiman Abdullahi setzt sich auf der linken Strafraumseite durch, doch seine Vorlage erreicht Amit Kanbas nicht. André Hoffmann hat aufgepasst und klärt. Eher zufällig kommt Ken Reichel am linken 16er-Reck zum Schuss. Der Ball wird abgefälscht, so dass Breitkreuz fast am zweiten Pfosten einschieben kann. Aber nur fast andere Hoffmann geht gegen Amit Kanbas zu hart zur Sache und sieht gelb. Keine weiteren Wechsel auf beiden Seiten. Die zweite Halbzeit läuft. Verdiente Führung für Düsseldorf nach 45 Minuten aus einer stabilen Abwehr heraus setzte die Fortuna immer wieder gefährliche Gegenstöße, während Braunschweig sich noch keine große Torchance erspielen konnte. Die Rheinländer machten den technisch besseren und reiferen Eindruck und zeigten der Eintracht ihre Grenzen auf. Einziger Wermutstropfen für Düsseldorf der Torschütze zum 0-1. Davor Lovren musste ausgewechselt werden, weil er kurz vor Gelbrot stand. Pause Düsseldorf führt zur 10 in Braunschweig. Wechsel bei den Rheinländern Tekashi Usami kommt für Davor Lovren, weil der Torschütze des 0-1 kurz vor der gelb-roten Karte steht. Ganz schlimmer Rückpass von Jan Hochscheid auf seinen Torwart. Jasmin Feisig muss viel riskieren und hat Glück, dass es keine Folgen hat, als er Hennings anschießt. Raphael Wolf entschärft Jan Hochscheids Schuss aus der zweiten Reihe. Gefährlicher wird es auf der Gegenseite. Hennings steckt am 16er stark durch auf Florian Neuhaus, der aus Elfmetern zum Abschluss kommt. Jasmin Feisig pariert richtig stark und lenkt das Leder noch am linken Pfosten vorbei. Davor Lovren spielt einen schlimmen Fehlpass in der eigenen Hälfte. Suleiman Abdullahi ist dazwischen, dringt in den 16er ein, macht dann aber zu wenig draus und wird geblockt. Ken Reich hält Distanzschuss aus über 25. Metern landet in den Armen von Raphael Wolf. Braunschweig wird endlich mal gefährlich, hat dann aber Pech mit einer Abseitsentscheidung. Jan Hochscheid spielt links raus auf Ahmed Kanbas. Der hat Platz zum Flanken und könnte Suleiman Abdullahi im Zentrum bedienen, wird aber zurückgepfiffen. Fehlentscheidung noch keine Torchance für die Eintracht. Die Gäste haben die Partie im Griff, stehen kompakt und setzen immer wieder Nadelstiche durch Konter. Benito Rahman drückt diesem Spiel bislang seinen Stempel auf. Wieder setzt er sich stark auf dem rechten Flügel durch. Er flankt Schafors Tor, doch Jasmin Feisig ist vor Hennings am Ball. Nach einer Kelife-Flanke von links kommt Suleiman Abdullahi am zweiten Pfosten zum Kopfball. Die Flanke ist etwas zu hoch für den Angreifer, so dass er nicht genügend Druck hinter die Kugel bekommt. Düsseldorf kontrolliert die erste Viertelstunde und liegt verdient in Front. Über 66% Ballbesitz für die Fortunen. Davor Lovren zieht nach diesem sehenswerten Tor beim Jubeln sein Trikot aus und sieht gelb. Ein richtig starker Konter von Düsseldorf führt zum 0-1. Benito Rahman startet nach einem Freistoß der Braunschweiger ein Solo in der eigenen Hälfte und ist von den Löwen nicht zu halten. Rahman bedient Lovren in der Spitze. Der Kroate läuft alleine auf Jasmin Feisig zu und überlopft den Braunschweiger Keeper technisch gekonnt. Tor für die Fortuna Davor Lovren trifft zum 10 für die Gäste. Braunschweigs erster Abschluss Amit Kanbas schießt aus zweiter Reihe, doch die Kugel geht deutlich über das Tor. Benito Rahman kommt über rechts und flankt in den 16er. Er sucht Hennens, doch Steve Breitkreuz grätscht die Kugel weg. Schiedsrichter Patrick Alt führt die Mannschaft nun aufs Spielfeld. Gleich geht es los. Fortschneid-Trainer Friedhelm Funkel hat sich für diese Elf entschieden. Raphael Wolf, Schantzimmer, Kahn Eihann, André Hoffmann, Nico Gieselmann, Marcel Sobotka, Davor Lovren, Florian Neuhaus, Oliver Fink, Benito Rahman, Ruven Hennings, die Aufstellung der Eintracht, Jasmin Feisig, Nico Kijewski, Steve Breitkreuz, Gustav Walzwick, Ken Reichel, Quirin Mollian, Hochscheid, Özkan Yildirim, Amit Kanbas, Salim Kili, Fisulaiman, Abdullahi, Braunschweig zeigte zuletzt einen kleinen Aufwärtstrind. Erst gewann Thorsten Lieberknechts Truppe gegen Ingolstadt und holte dann einen Punkt bei Holstein Kiel. Dennoch ist es mit 22 Punkten nach 17 Partien die schwächste Saison unter Thorsten Lieberknecht in der 2. Liga für die Eintracht. Momentan liegen die Niedersachsen auf Rang 11. Personell haben die Löwen besonders in der Offensive immer noch große Verletzungssorgen. Niemann und Kumbela fehlen noch. Auch auf Bafo und Boland kann nicht zurückgegriffen werden. Wenigstens ist Kapitän Reichel wieder mit an Bord. Düsseldorf holte nur drei Punkte aus den letzten sechs Partien und steht erstmals seit dem sechsten Spieltag nicht mehr auf Rang 1 oder 2. Es wird Zeit für die Fortuna im Kampf um den Aufstieg wieder zu punkten. Zuletzt setzte es eine verdiente 0-2-Niederlage zu Hause gegen Nürnberg. Kommt F95 in Braunschweig wieder zurück in die Spur zumindest lichtet sich das Lazarett bei den Rheinländern etwas. Bis auf Michael Rensing, Julian Schauerte und Adam Bocek stehen wieder alle Spieler zur Verfügung. Wir begrüßen Sie herzlich zur 2. Liga am Freitag. Eintracht Braunschweig empfängt Fortuna Düsseldorf. Rückrundenstart in der 2. Liga mit zwei starken Paarungen beginnt am Freitagabend der 18. Spieltag. Die drittplatzierte Fortuna Düsseldorf will mit drei Punkten bei Eintracht Braunschweig zurück auf die direkten Aufstiegsplätze. Im Windschatten der Fortuna kämpfen die Tabellen nach Bahn Union Berlin und der FC Ingolstadt um den besten Anschluss an diese. Diese und alle weiteren Partien des Zweitliga-Wochenendes bis hin zum Montagsspiel verfolgen Sie ab Freitag um 18,15 Uhr hier im Live-Sticker. Fokus-Sticker-Dpa zurück zum Artikel.